Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Koffnest.de und ich bin hier wieder mit Mauricio dabei, ein Kappel Vollautomat auszuprobieren. Und wir haben diesmal wieder einen, den wir bisher noch nicht hatten, nämlich wieder einen der Philips Latte Go Modelle. Davon gibt es ja einige, ne? Davon gibt es einige und deswegen lese ich das auch ab. Das ist der Latte Go Series 5400 EP 5447. Den Link gibt es auf jeden Fall unten in der Beschreibung, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir legen dann auf das richtige Gerät. Jetzt will ich gleich erstmal schon mal heiser vom Namen aussprechen. Auf jeden Fall, den hatten wir noch nicht. Ihr seht, der hat ein Display. Wer den YouTube-Kanal von Koffnest verfolgt hat, weiß auch, dass die Milchstaumsysteme bei Philips früher sehr laut waren, die jetzt aber was verändert haben und die mittlerweile leiser sind. Das ist jetzt also eines von diesen neuen Geräten. Das wurde uns zum Testen von Philips zur Verfügung gestellt, weil sie uns zeigen wollten, dass mittlerweile die Geräte viel leiser sind. Und da haben wir jetzt nicht Nein gesagt, sondern haben ihn einfach mal bestellt. Und in dem Video machen wir einen Espresso, einen schwarzen Kaffee und einen Latte Macchiato. Wir testen alle Getränke durch für euch. Und dann sagen wir, wie uns der Kaffee-Vollautomat gefällt. Ihr könnt euch das alles angucken. Ihr seht schon das Profil Grün habe ich vorne ausgewählt. Ich weiß nicht, ob das schon grün leuchtet. Und wir wünschen euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Viel Spaß. Wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Kaffee-Vollautomaten mitbekommen wollt, dann abonniert am besten hier den Kanal. Unter dem Video rechts so eine kleine Glocke, wenn ihr die aktiviert, dann kriegt ihr zum Beispiel auch das nächste geplante Video mit. Das ist nämlich dann ein Vergleich von allen Philips-Vollautomaten, wo wir mal darüber sprechen, für wen welcher eigentlich der richtige ist. Wo wir die einmal alle von Philips nebeneinander stellen. Und was uns auf jeden Fall auch immer super motiviert ist, wenn ihr uns den Daumen nach oben geben könnt. Auch wenn es nur so eine ganz kleine Kleinigkeit ist, aber jeder Daumen nach oben hilft uns auf jeden Fall. Und ganz wichtig ist, dass ihr Kommentare hinterlasst. Weil nur so können wir quasi von euch auch lernen und wissen, was euch gefällt, welche Videos ihr sehen wollt. Und vor allem, ob ihr das Gerät habt und wie euch das Gerät gefällt. Genau, das ist ja auch mal sehr wichtig für uns. Weil es kann ja auch mal sein, dass bei einem bestimmten Vollautomat jeder Dritte kaputt ist. Und wenn wir dann ein Highless haben, wissen wir das gar nicht. Wenn ihr da Kommentare schreibt oder umgekehrt, dass vielleicht mal bei uns irgendwas nicht so gut wird. Und in Wirklichkeit, dass aber in neun von zehn Fällen super wird. Und das ist dann immer sehr hilfreich, wenn man Kommentare bekommt. Und ihr seht ja schon das Display vorne. Ich gehe hier mal rum, dann zeige ich euch das nochmal. Ich wollte euch noch einmal zeigen, woran ihr erkennt, ob das jetzt ein neues oder ein altes Milchschaumsystem ist. Also ein leises oder ein lauteres. Wobei richtig leise ist es immer noch nicht. Es ist nur deutlich leiser als vorher. Es war aber auch extrem laut. Ursprünglich so 90 Dezibel. Ja, also quasi wie so eine Flugzeuglandung. Und bei neun ist es so, dass es so beim Betrieb dann 72 Dezibel hat. Also es ist wirklich deutlich leiser geworden. Und wenn ihr hier Max stehen habt, das ist das Alte. Ihr seht hier aber bei diesem Modell, dass da dieser Strich und dieses kleine Dreieck ist für die maximale Füllmenge. Und das ist dann das Neue. Hier ist jetzt schon grün ausgewählt. Das heißt, das sind die Profile, die vorgespeichert sind. Das ist das Profil grün. Das ist meins. Und ich stelle jetzt mal eine Espresso-Tasse darunter. Und dann wähle ich Espresso aus. Und dann seht ihr jetzt auf dem Display, dass wirklich ganz schön da in der Mitte sitzt, dass ihr da jetzt alles Mögliche noch einstellen könnt. Nämlich erstmal die Kaffeepulvermenge. Das ist die Bohne. Das zweite ist dann die Menge. Und das dritte ist dann, ob ihr eine Tasse oder zwei Tassen zubereiten wollt. Das heißt, wenn ihr bei dem dritten beides auswählt, dann habt ihr sozusagen diese Doppeltasten-Funktion, die es ganz oft gibt. Und ihr könnt euch jetzt schon mal das Malwerk anhören. Ich bereite jetzt mal den Espresso zu. Und dann drücke ich Play. Gemessen habe ich jetzt 74 Dezibel. Also es ist so ein normal lautes Malwerk. Weder besonders leise, noch besonders laut. Ja, bei dem Display ist auf jeden Fall ja auch zu sagen, dass wir jetzt nicht, also es gibt ja so drei Abstufen von Displays. Einmal so das super simple zweifarbige, also quasi schwarz-weiße Display. Dann gibt es so ein mehrfarbiges Display. Das haben wir jetzt hier. Es ist kein Touch-Display wie jetzt bei den Top-Geräten, die irgendwie dann 1000 Euro kosten. Sondern es ist ein gut ablesbares, mehrfarbiges Display. Der kostet irgendwie so zwischen 600 und 700 Euro, habe ich gesehen. Ich habe den Malgrad jetzt auf ganz fein eingestellt. Der hat auch ein Kaffeepulverfach. Das benutzen wir jetzt aber nicht, weil die finde ich ja nicht so doll. Hat er aber, falls jemand Wert darauf legt. Da kriege ich immer, wenn ich sage, das ist eigentlich nicht so sinnvoll, kriege ich immer mindestens einen. Wir brauchen aber Decaf. Wir haben jemanden Schwangeren oder mit Herzproblem zu Hause. Klar, wenn man irgendwie dann ein Use Case hat und meint, das möchte man gerne benutzen, kann man das machen. Wir empfehlen das immer nicht, weil es super schwer zu reinigen ist. Und weil die Getränke meistens nicht so gut daraus werden. Wenn ihr tatsächlich zwei unterschiedliche Bohnen braucht, dann solltet ihr auf jeden Fall euch Geräte angucken, die tatsächlich zwei unterschiedliche Bohnenfächer haben. Wo man dann umschalten kann zwischen den jeweiligen Sorten. Also da kann man einen Decaf reinmachen oder einen normalen Kaffee. Genau. Und im Idealfall halt sogar zwei Malwerke haben. Ja. Weil man dann halt keinen Kaffeeverlust hat zwischendurch. Da sprechen wir wahrscheinlich dann schon über 1.000 Euro wahrscheinlich bei dem Gerät. Wenn man sich jetzt so einen Melitta CI oder so anguckt, da sind wir ja deutlich unter 1.000 Euro noch. Genau, der kostet dann so 600, 700 Euro. Der hat halt aber auch keine zwei Malwerke, sondern der hat nur ein getrenntes Kaffeebodenfach. Und dann muss man dann, wenn man dann nicht doch ein Halb, sein Baby halb koordinieren will, muss man dann erstmal einen durchlaufen lassen, weil sonst noch Reste von den anderen Kaffeeboden drin sind. Und das ist einfach ein bisschen im Stritten. Der sieht jetzt gut aus. Ja. Wir haben jetzt natürlich frischen, guten Espresso benutzt. Selbstverständlich. Der ist ein relativ dunkelgerösteter Chocolatiger. Kommt echt gut durch. Kannst du auch nochmal probieren. Damit bin ich wirklich zufrieden. Ist lecker. Ja, was sagst du zur Temperatur? Ist gut. Gut, schön, Temperatur. Habe ich jetzt noch gar nicht gemessen. Muss ich nochmal messen. Wird aber über 70 Grad haben. Ja. Wir machen jetzt den Kaffee. Und da gehe ich jetzt wieder in mein Menü. Und das habe ich jetzt auch schon vorher eingestellt. Mal gucken, ob er sich das gemerkt hat. Es gibt Ärger. Ah, ne, ich brauche ja bei Kaffee. Ja, bei diesem Automaten haben wir ja auch unterschiedliche Profile, die man einstellen kann für Personen im Haushalt. Genau, ich glaube, zwei. Zwei. Okay, das ist ja immerhin schon was. Und hier... Sag ich jetzt mal bei der Bodenstärke okay. Zwei Drittel. Bei der Milliliteranzahl mache ich 100. Das möchte ich auch so haben. Das ist gut. Das hatte ich auch so voreingestellt. Und dann mache ich jetzt nämlich aber einen Trick. Weil ich mache jetzt am Ende nämlich ein doppeltes Getränk. Weil dann habe ich zweimal 100 Milliliter. Aber er macht zweimal einen Mahlvorgang. Und dann bekomme ich einen etwas kräftigeren Kaffee. Weil ansonsten ist mir der ein bisschen zu dünn. Das mache ich einfach so als meinen persönlichen Trick. Bevor ich dann sozusagen ein Getränk mit 200 Milliliter einstelle, stelle ich lieber zwei Getränke mit 100 Milliliter ein. Dann hat man halt doppelt so viel Kaffeepulver. Beziehungsweise zwei Pucks, die gepresst werden zwischendurch. Und dann geht das los. Das Display finde ich auch vom Kontrast ganz gut. Da hatten wir in letzter Zeit ein paar Milliliter-Displays, wo die Kontrast nicht so ganz so kontrastreich war. Das stimmt, ja. Das hat mir da nicht so gefallen. Ihr seht auch hier wieder diese Abbildung von den Getränken. Das haben halt die günstigeren Philips-Geräte nicht. Das ist ja so sehr der Trend. Das machen jetzt glaube ich mittlerweile fast alle Hersteller. Also die günstigeren Philips-Geräte haben das ja schon insofern, dass sie das halt auch schwarz-weiß haben. So diese Piktogramme. Und hier ist es jetzt wirklich, ja, sag ich mal, grafisch ausgearbeitet. Was ich nochmal sagen muss und was in Videos immer überhaupt nicht rüberkommt. Und was echt toll ist an Philips Vollautomaten, ist, dass wenn man sie auspackt, riechen die gut. Beziehungsweise riechen gar nicht. Die haben überhaupt gar keinen Kunststoffgeruch. Auch nicht am Wassertank. Nichts von der Verpackung. Und das ist halt echt schön. Das machen die, das ist bei den meisten anderen Herstellern nicht so. Ja. Ich habe vorhin die beiden ausgepackt. Und ich rieche dann halt auch immer überall dran. Das sieht wahrscheinlich ein bisschen weird aus von außen. Aber ich finde es so cool, dass dann halt nichts nach Kunststoff riecht. Da hat man dann gar nicht so das Bedürfnis, alles fünfmal abzuwaschen. Und ich habe jetzt alles natürlich trotzdem einmal vorher abgespült. Aber das ist auf jeden Fall was, was ein großer Pluspunkt ist. Also Geruch ist gut und Wassertank ist ein bisschen flexibler als bei anderen. Nicht ganz so spröde. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es ja nicht so leicht kaputt geht. Das ist eigentlich ganz cool. Unser Kaffee ist jetzt fertig. Ich hatte da ja diese doppelte Bezugsfunktion. Ah, heiß, heiß. Ja, das Glas wurde immer sehr heiß. Das ist sehr dünnwandig. Ja. Und sieht schon relativ voll aus. Sieht aus wie ein Riesen-Espresso. Wir haben auch die Crema obendrauf. Mal gucken, was der kann. Das ist einfach ziemlich heiß natürlich. Ein bisschen so unten anfassen. Dann geht es besser. Also ich bin halt, wie ich immer sage, kein Fan von schwarzem Kaffee auf dem Kaffee voller Tomaten. Mag ich einfach nicht so gerne. Ich bin auch gefragt, warum mögen. Und das ist halt einfach mein Geschmack. Ja, ich mag das nicht so gerne. Und der hier ist jetzt relativ vollmundig. Ist völlig in Ordnung. Ich weiß halt, dass Leute, die diese Getränke mögen, das mögen. Ich mag es eigentlich bei keinem Vollautomaten gerne. Und das ist hier jetzt keine Ausnahme. Kannst du das nochmal probieren? Ja. Aber ich finde durchaus, dass die Schokoladennote auch jetzt hier bei dem Getränk ganz gut durchkommt. Wir hatten es ja schon beim Espresso gesagt. Und das kann man auf jeden Fall gut zubereiten. Auch wenn man diese Art Getränk mag. Ansonsten Filterkaffee. Ja. Wir machen jetzt nochmal ein Latte Macchiato. So, jetzt wird es ja auch nochmal spannend. Latte Macchiato. Also jetzt kommt ja eigentlich sozusagen das, worauf wahrscheinlich viele gewartet haben. Genau. Nämlich wie laut ist das neue Milchsystem? Und hier seht ihr auch schon meine Einstellungen jetzt gespeichert. Ich habe so ungefähr zwei Drittel bei der Kaffeepulvermenge, also bei der Stärke, bei dieser Bohne genommen. Dann die zweite Einstellung sind 40 Milliliter Espresso, die da rein sollen. Das finde ich auch in Ordnung. Wäre cool, wenn es hier noch so eine Doppelshot-Funktion geben würde, dass man einfach eingeben könnte. Man möchte noch extra Espresso. Das gibt es jetzt nicht. Bei der Milchschaumenge habe ich jetzt die maximale eingestellt. 340 Milliliter und Play. Los geht's. Er braucht ja immer so ein bisschen, bis er anläuft. Ja, gleich geht der Zug los. Ja, heute haben wir schon eine ganz schön lange Zeit mit Philips Kaffee voller Tomaten verbracht. Wir haben schon mehrere testen. Dann werde ich auch ein bisschen zitterig. Viel Kaffee getrunken. Ja. Aber ihr merkt schon, wir können uns unterhalten, ohne dass wir die Stimme heben müssen, weil das Milchschaumsystem ist tatsächlich wesentlich leiser. Ja, beim der ersten Lattego hatte ich da mal so ein Foto gemacht, wo ich so stand, weil man wirklich sich dabei nicht mehr unterhalten konnte. Also macht das wirklich mal. Guckt euch mal das alte Testvideo an, vergleicht mal den Ton. Gerne nebeneinander aufmachen. Alle Tests und Videos verlinke ich euch hier unter auch nochmal und in Infoboxen, da könnt ihr euch das angucken. Und das sind jetzt ungefähr übrigens so 72 Dezibel beim Milchschaumbezug. Ist immer noch nicht leise. Also sie haben, glaube ich, auch nicht super silent draufgeschrieben, sondern sie haben draufgeschrieben, innovatives Milchsystem. Also es ist aber durchaus erträglich. Also 90 und 72 Dezibel ist halt echt schon ein Unterschied. Ein Riesenunterschied, ja. Und ich finde halt auch ganz cool, dass sie dann so Kritik ernst nehmen und das auch verändern und verbessern und dafür sorgen, dass es dann ein bisschen leiser wird. Weil ansonsten so die komplette Familie, wenn alle denken, es ist gerade irgendwie ein Hubschrauber gelandet, ist es ja auch nicht so ideal. Ja, gerade wenn man halt unterschiedliche Leute hat, die unterschiedlich aufstehen morgens irgendwie und man dann gleich irgendwie aufs Bett geschmissen wird, weil man jetzt Milchschaum produziert, ist auch nicht so ideal, ehrlich gesagt. Das kann schon mal die Laune halt gleich am Morgen verkretzen. So, haben wir es fertig gemacht hier. So, was fällt dir denn jetzt mal auf an diesem Milchschaum? Das sieht so ein bisschen aus wie so Alien-Eier. Ja, wir haben jetzt leider heute keine Überkopf-Kamera, aber die Blasen obendrauf sind sehr groß. Das war vorher nicht so, das ist halt jetzt sozusagen der Kompromiss gewesen, dafür, dass es ein bisschen leiser ist, ist der Milchschaum obendrauf ein bisschen grobporiger. Man muss allerdings sagen, dass er da drunter dann auch ordentlich aussieht, wenn man jetzt einmal so macht, dann ist es jetzt wieder völlig in Ordnung. Eine kleine Mondlandschaft jetzt obendrauf, du hast nicht dieses glatte, feinpuri-Ergebnis, wie man es jetzt vielleicht haben möchte, aber geschmacklich ist es ja auch nochmal eine andere Frage. Das schmeckt gut. Wir haben wieder die traditionellen Zwei-Finger-Breit, das machen die meisten Vollautomaten so. Ich habe das Glas jetzt, wenn ich 0,40 Milliliter Espresso nehme, nicht ganz voll bekomme. Ich hatte ja jetzt schon die maximale Milchmenge genommen. Ja, aber die Konsistenz, also das Mundgefühl ist immer noch sehr gut. Ja, auf jeden Fall, er schmeckt viel besser, als er aussieht. Ja, und es ist relativ heiß geworden, finde ich, so für, wenn man sich das Spektrum von Vollautomaten anfuckt. Ja, 65,66 Grad. Und, ja, also ein bisschen schade, dass ich das Glas nicht ganz voll bekommen habe. Ich würde vielleicht noch ein Espresso mehr reinmachen. Auch ein bisschen schade, dass man keinen Extrashot einstellen kann. Und ein bisschen schade, dass der Milchschaum von oben so ein bisschen grob purig aussieht. Aber der Geschmack ist gut und die anderen Getränke haben mir auch sehr gut gefallen. Also von den Getränken, finde ich, ist es absolut in Ordnung. Der kostet jetzt auch nur, ich glaube, 630 Euro, ist also ein relativ günstiges Gerät. Ja, man bekommt ein Gerät für den Preis, was gut verarbeitet ist. Es sieht gut aus, es ist schmal, es riecht sogar gut. Mensch, es sind so viele positive Aspekte. Und die Benutzerfreundlichkeit wird mit dem Display schon deutlich besser als bei den günstigeren Geräten. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal kurz das Innenleben. Dafür mache ich den einmal aus, damit die, oder kannst du mal ausschalten, ausknopft, dass die Brühgruppe in die Ruheposition fahren kann. Das ist immer ganz gut, wenn ihr die Brühgruppe rausnehmt, wenn ihr vorher am Hauptausschalter den ausgeschaltet habt. Nicht irgendwie hinten den Stecker rausziehen oder so, weil dann ist die manchmal nicht in der Ruheposition und kann verklemmen. Das wollen wir nicht. Malgrad hatte ich, wie gesagt, auf ganz fein eingestellt. Ich glaube, das ist auch gut so. Dann drehen wir den mal zur Seite. Ja, der fühlt sich auch ganz gut an, ne, so von der Verarbeitung her. So, dann machen wir jetzt mal die Operation am Patienten hier. Hier haben wir den Wassertank und ihr seht schon, was ich meinte, der ist hier ein bisschen flexibel. Das macht einen ganz guten Eindruck. Riecht gar nicht nach Kunststoff, das finde ich total super. Dann habt ihr hier die Serviceklappe, hinter der sich die Brühgruppe verbirgt. Und, ups, da ist sie. Die habe ich jetzt auch bisher noch gar nicht rausgenommen. Ich habe nur damit getestet. Und hier so ein Button, den kann man drücken. Und dann hat man hier die Brühgruppe. Und diese Brühgruppe, die würde ich empfehlen, wie bei allen Brühgruppen, sie nach jeder Benutzung sauber zu machen. Beziehungsweise einmal täglich, wenn ihr den den ganzen Tag über benutzt. Wenn ihr den mal drei Tage nicht benutzt, dann müsst ihr die auch nicht sauber machen. Ich persönlich empfehle an jedem Tag der Benutzung, den auch sauber zu machen. Einige Leute finden das übertrieben. Da gibt es auch sehr emotionale Meinungen dazu. Das kann jeder machen, wie er möchte. Mein Argument ist immer, ich sage immer, meine Tasse mache ich ja auch jeden Tag sauber. Warum sollte ich dann die Brühgruppe nicht jeden Tag sauber machen? Weil ihr seht auch hier, wenn ich einmal mit dem Finger durchwische, Kaffeepulver. Und hier ist Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit und Kaffeepulver ergibt nach einer Zeit Schimmel. Schimmel. Und das wollen wir nicht. Und hier auch. Das ist einfach gut, wenn man da einmal mit Wasser rüberspült. Dafür auf jeden Fall keinen Spüli nehmen, sondern einfach nur klares Wasser oder vielleicht ein sauberer Schwamm noch, um ein bisschen dran rumzuschrubben. Wenn man irgendwie pedant ist, dann gerne mit einer Zahnbürste. Aber eigentlich reicht das einmal, kurz auszuspülen. Und dann seid ihr sicher vor Schimmel. Und dadurch, dass ihr das täglich macht, ist dann auch eigentlich gar nichts anderes mehr nötig. Dazu muss man ja sagen, wir sind ja auch alle nur Menschen. Das heißt, es gibt den Idealzustand. Das ist die tägliche Reinigung. Es gibt so den Minimalzustand. Das ist vielleicht die wöchentliche Reinigung. Und wenn ihr euch irgendwo dazwischen einpendelt. Täglich ist schon gut. Es ist ja so wie im Fitnessstudio. Also täglich wäre natürlich super. Und wenn man am Wochenende Pause macht, ja auch gut. Das sagst du jetzt nur, weil ich lange nicht beim Sport bin. Das ist ja schon gemein. Wenn man es dann alle drei Tage schafft, so ist es ja auch okay. Also das Ziel, wie beim Sport ist, jeden Tag zu machen. Die Pucks sind jetzt ein bisschen zersplattert. Da kriege ich keinen raus. Das ist jetzt aber auch unspektakulär. Hier mit dem Tresterbehälter und der Auffangschale. Die ist voll. Da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn da Wasser reinläuft. Ich wollte euch jetzt noch einmal das Milchsystem zeigen. Dafür hole ich das aber mal von dem anderen Vollautomaten. Da muss ich das Pferd da jetzt nicht abmachen. Und hier seht ihr, wie das dann aussieht. Das besteht einfach aus diesen beiden Teilen. Und das ist echt das Coole. Das könnt ihr hier vorne einfach rausklacken. Dann habt ihr den so. Und dann könnt ihr damit zum Waschbecken laufen. Der ist sehr hygienisch auf jeden Fall. Das dann einmal auseinandernehmen. Und dann müsst ihr nur sehen, dass ihr es wieder richtig einhakt. Dafür macht ihr das so, dass ihr es hier oben einhakt. Und dann klackt ihr das unten ein. Und schon seid ihr fertig. Und das ist wirklich von der Reinigung der große Vorteil, dieses Kaffeevollautomaten. Und der große Nachteil war ja, dass er sehr, sehr laut war. Der ist jetzt ein bisschen weg. Von daher ist es echt ein empfehlenswertes Gerät. Ja, und Leute, die jetzt Angst haben, irgendwie vor großartigem Gefummel mit diesem Milchbehälter, ist es wirklich nicht so. Also ich bin da auch völlig, ich hasse es, wenn ich irgendwie was rumfumme. Ich bin super ungeduldig. Und mit diesem Milchschaum-System, ja, das kann ich leicht auseinanderbauen. Kurz abspülen, zusammenbauen, reinklacken und fertig ist die Laube. Aber wir fassen nochmal zusammen. Ein solides Gerät, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So an der Software hätte ich mir noch ein paar andere kleine Änderungen gewünscht. Bei Milchschaum wäre schön, wenn da von oben noch ein bisschen besser aussehen würde. Vielleicht wird das dann bei der nächsten Generation besser. Und ansonsten ist das auf jeden Fall ein spannender Test. Wenn ihr noch mehr Tests sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir werden auch bald nochmal eine Gegenüberstellung von verschiedenen Philips-Vollautomaten machen. Und dann auch noch vergleichen mit anderen Herstellern. Das ist ja das eigentlich Spannende. Ja, und wenn ihr nochmal unseren großen Kaffee-Vollautomaten-Test lesen wollt, da hinterlässt Arne euch natürlich auch nochmal einen Link in der Beschreibung. Da haben wir wirklich jedes Gerät getestet. Und es ist ein Artikel, mit dem man sich bestimmt einen gesamten Nachmittag, vielleicht auch einen gesamten Tag beschäftigen kann. Und da könnt ihr auch nochmal richtig euch reingraben und wirklich den besten Automaten für eure jeweilige Situation finden. Ja, in dem Artikel arbeite ich auch schon mittlerweile seit über fünf Jahren. Und aktualisiere den immer. Und das ist wirklich, mittlerweile haben wir da ganz gut Wissen zusammengetragen. Wir haben schon über 30 Geräte getestet. Und das wird immer mehr. Und da freue ich mich natürlich auch immer über Feedback. Und ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald.